Hallo und herzlich willkommen zum Video Tutorial Anlegen von Kursteilnehmern. Kursteilnehmer leben Sie genau wie Fahrschüler unter dem Anmeldeassistent an und wählen dann die Option Kursteilnehmer erfassen. Gehen noch weiter, da haben Sie wieder hier die drei fest eingelegten Felder, dann nehmen wir den Kursi Kursteilnehmer und dann das Geburtsdatum wie gehabt, wieder erfassen und einfach zu sagen okay, was macht er für einen Kurs und könnte das dann wieder erfassen, das kennen Sie schon aus der Schüleranmeldung. Dann gehen wir auf weiter, dann haben Sie wieder die üblichen Felder wie Adresse Telefonnummer, das wieder selbst erklärend ist, dann können Sie schon dementsprechend den Fahrlehrer oder Dozenten zuordnen, das können Sie auch später machen, können ihn wieder in die vorgelegten Gruppen, wenn Sie zum Beispiel einen Weiterbildungskurs machen möchten oder einen sogenannten Grundqualifikationskurs, dann können Sie den direkt schon zuweisen. Ich mache das einfach mal in den Kurs, bei mir heißt der Webseminar, aber das ist im Prinzip ja nur eine Bezeichnung. Schauen Sie sich dazu das Video Gruppenanlegen an. Dann fragt er einen Vorbesitz ab, das kann ja auch hierfür wichtig sein, wenn Sie keinen Vorbesitz erfassen möchten, können Sie direkt hier gehen und Sie sehen den Unterschied. Jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, den Kurs auszuwählen und dort finden alle Kursschulungen aufgeführt, die Sie in Ihrer Fahrschule zur Verfügung haben, entweder von uns vorgegebene oder wie hier oben selbst angelegte wie Gabelstapler. Wenn ich jetzt sage jawohl, der macht jetzt zum Beispiel den Gabelstapler-Kurs, dann kann ich hier noch dementsprechend vorgehen. Er setzt halt selbst oder eine Firma, das ist auch wiederum identisch hinzufügen und Sie können auch mehrere Kurse dann gleichzeitig zusammenfügen, wenn Sie das möchten. Gehen auch weiter. Auch jetzt wird er angelegt und Sie haben hier die Möglichkeit auch die diversen Dinge aus der Preisliste zu erfassen. Das nehme ich jetzt mal dazu und fasse das weiter und dann gibt es halt stattdessen einen Ausbildungsvertrag für eigene Kurse oder Sie machen halt eigene. Schauen Sie sich dazu die entsprechenden Videos an. Wir machen jetzt nochmal den Ausbildungsvertrag für den eigenen Kurs mit der digitalen Unterschrift und schon kommt hier zum Beispiel ein Beispielvorschlag für einen Ausbildungsvertrag für die eigenen Kurse heraus und den können Sie wieder per Mail oder wie gehabt auch ausdrucken. Auch hier wieder, wenn Sie den fertigstellen, wird direkt der Kursteilnehmer angezeigt und Sie sehen hier oben Ausbildungsübersicht und dann hier unten dementsprechend die Vorgaben der Kurse, die sich jetzt verändert haben mit der zugehörigen Gruppe. Viel Erfolg beim Anlegen Ihrer Kursteilnehmer. Bis zum nächsten Video-Tutorial.